Zunächst mal, das sind meine Memoiren und kein Tagebuch. Morgen fängt die Junior-Hai an. Zum Glück muss ich das nicht allein durchstehen. Mein bester Freund Rupert ist auch dabei. Ich sag dir, was du wissen musst. Überleg dir gut, wo du dich am ersten Tag hinsetzt. Benutz nie das Klo im zweiten Stock. Und zu guter Letzt, fang dir bloß nicht den Käsefinger ein. Wenn du den kriegst, bist du so gut wie tot. Danke, Roderick, für diese äußerst aufmunternden Worte. Da können wir echt nicht mithalten. Vielleicht kann meine Mama mich zu Hause unterrichten. Hey, Greg! Wir können nachher zusammen spielen! 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 Ja, wahrscheinlich werde ich deshalb eine Therapie brauchen. Wir sind jetzt auf der Junior-Hai. Glaubst du nicht, ist es Zeit, weniger kindisch zu sein? Ah, Fraggly! Willst du meine geheime Warte sehen? Ich bin voll traumatisiert von dem Tag. Seht euch diese kleinen Stinker an. Die müssten schon längst im Bett sein. Aufgeflogen. Der Käse! Da wurde ein Stück abgebissen! Oh, heißer Mama! Irgendwann werde ich reich und berühmt sein. Aber erstmal setze ich in der Junior-Hai fest. Von Idioten umzängelt. Wenn du bei mir bleibst, wird alles gut. Wow, entschuldigt. Ich dachte, ihr seid Teenager. Geht's euch gut? Euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.